hallo herzlich willkommen zur wortstag zu einer neuen ausgabe und ich präsentiere ihnen gleich ja wir sind hierbei pre-white daylight ist 951 so leider gehen allein hier gucke hier oder 1 60 150 oder 1 60 gleich hat genau sehen hier nicht siehst du da wollen wir sie ein endspiel liebe leute da draußen gemacht übrige züge drei von drei gucken aber den du mit den druck Na, danke. Und Schach. Nop. Nö. Kann ich nur den nehmen? Dann nehm ich den. Welcher hat der hier? Mal gucken. Ich versteh. Mal wahr und. Kann ich hier noch Schach spielen? Was ist denn das? Nee, City Games, nein. Nö. Wo ist denn der Schach? Ach so. Okay. Das da? Nee, das ist Wetten, 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 Wetten. Da bin ich scheiß im Kopf. Na, ich bin nicht. Ich bin fast jeden Tag hier. Die Fragezeige ist ja immer noch da. Ich wollte ja rausschwerden. Ich darf's mir weg. Ach, da unten. Und, wo noch? Und da hier und hier. Fahr mal da hin. Ich hab mal Lust auf Schach. Das ist tot. Das ist tot. Klappe tot. Alles tot. Kann man nicht hier so... Na doch. So. Oh. Bestimmt da oben. Pfadpuzzle? Was ist das? Wer von euch hat Zeit für ein Spiel mit mir? Womit möchtest du anfangen? Ja, probieren wir mal das da. So, zwölf... Aha. Gut. Na gut, haben wir schon mal einen weg. Ähm. Hm. Gesundheit. Ah, ich verstehe. Ich muss in wenigen Zügen alle wegmachen. Und der guckt mir zu... Aber spielen tut er gar nichts. Ah, nee. Zack, der nächste. Okay. Der da. Dann hab ich nur noch drei, die ich wegmachen muss. Und ich hab noch fünf Psyche. Tue ich den mal umsetzen. Dann nehm ich den hier, mach den weg. Aha, nee. Okay, dann muss ich mal davor. Kann ich mit dem hier schon einen wegmachen? Jupp. Nehm ich den hier. Und... Dann geh ich mit dem hier wahrscheinlich... Da hin. Jetzt. Genau. Super. Okay. Haben wir das erste geschafft. Gut gemacht. Zwei, vier, sechs, acht. Acht Stück. Und wir haben genauso auch zwölf. Da, mach den weg. So. Den weg. Den weg. Genau, das klappt ja gut. Ähm. Machen wir hier weiter. Den da. Und dann machen wir den da drüben, glaub ich. Ach so. Gut, dann halt den. Mal schauen, wie sind... Gut. Okay. Das klappt ja ganz gut. Hier, wir haben noch fünf Züge. Und das klappt ja wie am Schnürchen hier. Okay. Weiter. Nächstes Spiel. Na, das war mal clever. Hm. Gut. Dann machen wir jetzt den in der Eck. Dann machen wir den da vorne. Den hier. Und dann... Dann machen wir den hier. Genau. Dann haben wir den... Dann haben wir die dann erledigt. Ähm. Mache ich den weg. Dann haben wir noch vier übrig. Gut. Dann können wir erstmal keinen machen. Mache ich erst mal... Den direkt weg. Ganz da unten den. Ach nee. Dann machen wir erstmal den. Stopp. Den da. Jetzt muss ich die umsetzen. Setze ich den mal hier hin. Und jetzt können wir den da weg machen. Und den. Super. Toll. Und jetzt... Das vierte. Oh, jetzt haben wir 14 Züge. Aber ich brauche... Glaub nicht, dass wir so viel brauchen. Weg, weg. Weg. Nein. Ach, jetzt ist hier. Wenn du so krank bist, gehst du daheim. Apotheke haben wir hier um die Ecke. Putsch mal Pille. Und Medikamente. Ach, wieder gut. Kann ich dich angucken? Die ist langweilig, gell? Oh, noch sechs Züge. Uuuuuh. Könnte knapp werden, wa? Sechs, fünf, vier, drei. Nö. Sechs, fünf, vier. Mit drei Zügen gewinnen. Mal gucken. Der hier. Hab ich falsch gelegt, wa? Ah, Mist. Wir sind sch... Scheiße. Ah, Mist. Okay, aber wir probieren's nochmal. Hm. Warte. Fangen wir mal an. Also die ersten kommen ja immer weg. Gesundheit. Och, Mann. Pferd an Pferd. Rechnet's jetzt, oder was? Ne, ist auch wieder bei Abend. Es wird Abend in Schikalko. So, neun Züge noch. Ich glaub, jetzt schafft man's. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir noch zwei Bauern. Ja, jetzt klappt's. Ja, genau. Fertig. Geschafft. Ja, ne? Finde ich auch. Nein. Nach dir. Ähm. Ja. Ähm. Ach, scheiße. Ich kann mal hast du mehr Glück. Ähm, wie geht's? Wo geht denn das jetzt nicht? Tja, jederzeit wieder. Möchtet jemand los, aber ich möchte nicht sagen. Ach. Oh, was ist, Mann? Wo bist du denn? Ja, sagst du her. Ja, hier geht's nicht. Oh, oh, oh. Hm. Hm, der erfährt gerade, dass der Vater ist. Jetzt mal gucken, ob ich wieder Schach spielen kann. Nein. Soll ich abknallen oder was? Ist das der? Hä? Hä? Ich brauch das erste ein... Ach, da ist der Karl Otto. Machen wir jetzt mal fünf. Klar. Weg, weg, weg ist ein Pferde leck. So, jetzt haben wir noch zwei, vier, fünf Stück. Machen wir den da direkt weg. Und den da direkt. Ja, wenn es in der Reihe ist, dann machen wir die weg. Sieben Züge haben wir noch, da gehen wir mit dem da hin. Dann können wir den weg machen und ich glaub dann den anderen da unten auch. Nee, geht nicht. Aber jetzt... Machen wir mit dem Pferd den einen noch weg. Ach, Mann. Scheiße. Verloren. Naja, wer du spielst, erinnert mich. Du, Kumpel. Dödel. Du. Also. Mit dem können wir den weg machen. Ich glaub ich spiel erstmal mit dem Pferd. Und dann gleich spiel ich mit dem Turm. So. So. Das da. Zack, jetzt haben wir da noch 90. Und dann noch 8. So, noch 2. Das klappt ja jetzt wie am Schnürchen, das ist ja toll. Naja, ist doch... Machen wir den weg. Machen wir den weg. Und machen wir den letzten weg. Geh ich auch. Und machen wir den weg. Und machen wir... Jetzt. Mach den weg. Super. Fertig. Gut gespielt. Wähle dein Gift. No, 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 no. Und da da unten, dann gehe ich wieder hier hin, mache ich den hinter mir weg, dann mache ich den linken da weg, der dann weg ist, gehe ich vor und zurück, nehme ich den weg, gehe wieder zurück und nehme ich den da, dann nehme ich den, jetzt habe ich gleich noch einen Zug, da habe ich mit der einen Figur alle weg gemacht. Das siebte Spiel, machen wir den weg, sind schon flotte, ne, machen wir erstmal mit dem weiter, wir sind schon flotte Schachspieler, so, das den da, hopp, nimm den, data, und dann hier, jetzt klappt es wieder, jetzt haben wir nur noch drei Gegner, und die gehen jetzt auch fort, den da, und dann geht die Spur, würde ich sagen, an dem direkt vorbei, ne, da nicht, vier, züg, ah, ne, das könnte knapp werden, wird hier vielleicht, scheiße, jetzt aber, ach, fuck, verloren, verloren, hm, nochmal spielen, also, zack, zack, so, wir machen vielleicht immer so einen kleinen Fehler, und dann geht es dann halt nicht, so, das ist das, gehen wir schon mal mit dem da hin, und nehmen wir direkt die Figur dahin, und machen den weg, und machen die zwei weg, und dann können wir hoffentlich wieder an den Platz zurück, Wahnsinn, aber der Marmodena ist weg, wenn es auf einem Weg bleibt, neben dem Pferd, jeder Zug ist ein Verlust, yes, super, klasse, geschafft, so, und nehmen wir das nächste, also, ich glaube, ich nehm, ah, jetzt haben wir 16 Züge, fangen wir mit den hier oben an, jetzt wechsel ich mal mit den Spielfiguren ab, sodass, sag ich mal, jeder mal drankommt von den Spielfiguren hier, so, das da, das da, ähm, dann kann den da, eine Treppe, die führt zum Ziel, genau, so, jetzt haben wir nur noch 2, 4, 5, ähm, der da, nehmt den, dann gehen wir wahrscheinlich mit dem wieder zurück, wenn's geht, nehmt wir den direkt, nehmt wir den auch, haben wir noch 6 Züge, Gesundheit, genau, jetzt können wir die 2 auffressen, genau, Wahnsinn, geschafft, fertig, ich bin ja dein Kumpel, so, mach deinen Zug, also, ich mach, ähm, alle Spiele hier vom Schach in einem Let's Play Part, das find ich gut, ich glaub, jetzt kann es ein bisschen schwieriger werden, machen wir den da ohne weg, jetzt geh ich aber erstmal hier hin, machen wir erstmal den weg, jetzt haben wir noch 9 Züge, und weiter mit denen weg, noch 2 Figuren, okay, hätten wir auch nicht vorsetzen müssen, aber egal, wir haben's geschafft, so, jetzt das letzte, man muss ja schon überlege hier, man darf nicht einfach Sätze, ähm, ansonsten hast du verloren, sag, ja, wir haben mal 18 Züge, 18 Züge gehabt, das hab ich jetzt erst gesehen, den hier, machen wir den noch, jetzt haben wir noch 2, ja, wieder, ne, 4, 1, 2, 3, und Züge haben wir noch genug, okay, mal hier hin, geschafft, toll, haben wir alle durchgespielt, toll, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zusehen, und bis zum nächsten Mal, euer Carlos, bei dem Nassere Egen hier, nicht so gut,